Oh, Diamanten. Markus? Durch mein fotografisches Gedächtnis sehe ich, dass ich 20 Blöcke über dem Boden bin. Deshalb habe ich noch gerade so genug Zeit, über mein Leben nachzudenken und ein Leiter-Image zu machen. Oh mein Gott, war das knapp. Hä? Wo bin ich hier? Ist das das Endportal? Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Ich sehe den ersten Pixel einer Elytra. Deshalb habe ich 0,420 Sekunden, um mich von der Klippe zu stürzen wie jeder 90er-Jahre-Cartoon-Charakter. Wow! Oh, das Drachenei. Was höre ich da hinter mir? Ich habe genug Game of Thrones geschaut, um zu wissen, dass der Drach mich nicht angreift, solange er es denkt, ich wäre seine leibliche Mutter. Hä? Wo hat er Angst? Hä?